Ja, hallo liebe Community, hier ist mal wieder Chrissy und wie versprochen gibt es ein Update vom Basteltisch. Ich habe jetzt mein Dingsgeladen, mein Messgerät und ja, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt mal den Sensor, den Allegro Sensor mal angeschlossen hier am Arduino. Ganz normal jetzt erstmal nur am Arduino, ohne jetzt hier den Gebarbel vom AC Peng hier. Ja, 16 Bit Dingsbums hier, liegt hier alles rum, seht ihr ja, da liegt noch ein OLED Display, da liegt eigentlich schon scheiß. Ja und jetzt habe ich hier so ein schönes Display, dran gebastelt, I2C LCD und Strom ist unter 1 Ampere, sagt er auch. Und ja, ich habe das auch extra so gemacht, dass wir unter 1 Ampere nicht messen brauchen, das ist ja quarkig, ist ja ein totaler Blödsinn. So, ich habe also das Messgerät hier mit, ähm, im Kreisel drin, das nervt die ganze Zeit, deswegen habe ich es eigentlich auch nie an, weil das piept die ganze Zeit, ja. Es nervt einfach nur, weil wenn es nichts zu tun hat, piept es, genau so, scheiß Ding. So, 19 Volt haben wir anliegen, ich habe hier eine Seite Strom dran, andere Seite das Messgerät, ähm, ja, hier haben wir den Sensor, ähm, die analoge, also der gibt einen analogen Wert aus, der geht hier an A0 und dann haben wir hier I2C für das Display. Okay, und ich bin jetzt noch dabei, so den Korrekturfaktor zu finden, ähm, wir können ja mal, ich drehe mal runter auf 1 Ampere, wir gucken mal, oder machen wir mal 1,5 oder so, weil 1 Ampere misst er ja nicht. So, gucken wir mal, mein China-Netzteil ist gar nicht so weit weg, ja, also guckt es euch mal an, 1,488, 1,5 und, äh, der Allegro-Sensor, der macht natürlich totale Banane hier, ja, der springt da hin und her, da muss wahrscheinlich noch ein Kondensator rein, ähm, das, äh, habe ich jetzt auch schon mal beobachtet, das haben auch einige Leute, äh, sozusagen schon mal, ähm, festgestellt, ähm, dass diese Werte natürlich brutal springen, ja, und 1,5, ja, manchmal ist 1,5 dabei, ja, also, das ist total krass, weil die Spannung, die da rauskommt aus dem, die ist eigentlich gut stabil, aber dadurch, dass das natürlich so kleine Werte sind, ist das natürlich dann für den Arduino schwer, da wirklich zu messen, ja, und da kommen auch wirklich Hausnummern raus, weil man kann sich das nicht vorstellen, dieser Sensor, man sagt, dieser Sensor gibt eine, äh, Spannung von 40 Millivolt analog pro Ampere, gibt der aus, das heißt, wir müssen jetzt 40 Millivolt haben, wir haben jetzt aber irgendwie 70 Millivolt, ja, also, das ist schon mal klar, weil wir sind ja über 1 Ampere, ja, 1 Ampere kann ich nicht ganz messen, aber wenn ich jetzt mal 2 Ampere einstelle, dann müssten wir ja ungefähr so, ja, 1,98, da kann ich noch mal ein bisschen aufdrehen, hier, ich gucke mal hier nach, nach meinem China-Irät hier, ja, so, 2 Ampere, da müssten wir ja haben, dann 80 Millivolt, wir haben aber 90 Millivolt, und, oder 100 Millivolt, seht ihr ja, und dadurch, äh, ist natürlich hier 2 Ampere und hier ist natürlich 2,3 Ampere, so, da sagt man natürlich, ja, das ist ja Arduino-Kram hier mit den 5 Volt, weil darauf bezieht der sich ja, äh, beim Messen mit dem Analog-Pin, das heißt, Grütze, wir machen das mit hier, mit dem, mit dem ADS hier, mit dem ADS-Hoschi, so, das ist der Plan, der ADS-Hoschi wird jetzt quasi damit eingebunden werden müssen, sollen, können, und der wird das dann richtig messen, hoffentlich, ja, ich bin noch dabei, den Code zu schreiben, ähm, das wäre ja zum Beispiel auch mal so eine Idee, äh, dass man sagt, man nimmt halt so einen Sensor, ja, also, klar, der Messstand, da wackelt nichts, da rappelt nichts, das funktioniert eigentlich, ähm, und hier haben wir halt die ganze Zeit irgendwelche bewegten Zahlen, das ist, äh, ja, das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann, ja, wenn man so eine Stromanzeige hat, die die ganze Zeit hin und her springt, auf einmal springt sie ja von 2,1 auf 2,3, das ist überhaupt nicht verlässlich, ja, also der Strom wackelt nicht, ja, der ist stabil, alles ist gut, und jetzt kommt der Knaller, wenn ich es dann jetzt nochmal hochdrehe, ich drehe jetzt mal voll hoch auf 5 Ampere oder so, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt kommen mit dem, mit dem Netzteil, aber 5 Ampere sollte das eigentlich können, ja, 5 Ampere, kommt ungefähr so hin, 4,94, dann haben wir jetzt hier 5,1, da passt es dann komischerweise wieder, so halbwegs, ne, wir sehen, der springt da immer so raus, ja, also es ist irgendwie nicht befriedigend, muss ich ehrlich zugeben, mit diesem Sensor zu messen, absolut nicht zufriedenstellend, oder befriedigend, und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das an dem Sensor liegt, also, ja, auch, ja, es liegt an der Eingangsspannung vom Arduino, es liegt dann eigentlich an allem, eigentlich, ja, deswegen, darum bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich eine externe Referenzspannung aufbaue, und die dann mit dem Arduino gegenmessen lasse, ja, so dass wir quasi sagen, okay, pass auf, an Pin A1 hast du jetzt eine Spannung, die misst du jetzt, und ich sage dir, diese Spannung ist 4,965 Volt, und was auch immer du jetzt da misst, das ist Mist, das was du da misst, sind 4,069 Volt, und darauf beziehst du dich bitte, ja, und das ist etwas, was man vielleicht nochmal machen könnte, weil ich weiß, dass die Spannungsreferenzen auf jeden Fall sehr stabil sind, und ich weiß auch, dass die Analogpins vom Arduino totale Grütze sind, deswegen gibt es ja hier solche, solche Messoschis hier, der hat ja eine super Auflösung, das ist nicht das Problem, der kann das wirklich gut, aber ich habe ein Problem, das in den Code einzubinden, also das hier kriege ich noch hin, hier mit Stromspannung messen und so, und umrechnen, das kriege ich noch so hin, aber denn, wenn ich das jetzt hier mit einbinden soll, ja, es gibt Libraries, die sind total einfach für euch, für mich ist das nicht so einfach, ja, ja, und ich habe ja wie gesagt heute noch ein bisschen ausgemistet, da sind noch ein paar andere Sachen hinten runtergefallen und so, ja, kann man mal gucken, was man da noch so findet, und hinter mir auf dem Tisch liegen auch schon wieder ganz viele coole Sachen, die ich euch aber nicht zeigen kann, weil das gibt ja später, ja, heute sind übrigens Platinen gekommen, vom MPPT Solarregler, die Platinen, alter Falter, das Ding ist super klein, ja, also, puh, das wird geil, die Bauteile sind auch schon bestellt, ja, und dann habe ich heute natürlich mein verschollenes GLS-Paket abgeholt, und das verschollene GLS-Paket, da war nicht alles drin, und das war aufgerissen an der Seite, und ach, hört auf, jetzt hast du ja wieder Eierei mit GLS und mit dem Versender und bla, und ich habe einfach keine Lust mehr, ja, man kann heutzutage nicht mehr irgendwas im Internet bestellen, ohne dass nur die Hälfte ankommt, und dann muss man sich, muss ich mich noch darum kümmern, wo mein Zeug ist, was ich bezahlt habe, das Geld haben sie ja schon, ja, und jetzt muss ich mich darum kümmern, wo mein Kram ist, was in dem Paket drin war, wieso muss ich mich darum kümmern, ich habe dieses Material geordert, und ich habe dafür bezahlt, und wenn das auf dem Transport verloren geht, dann ist das nicht mein Problem, sondern die des Transporteurs, und wie das so ist mit GLS, kannst du ja anrufen, kommt keiner ans Telefon, kannst neben mir hinschreiben, kriegst ja keine Antwort, es ist Wahnsinn. Wir werden sehen, was rauskommt, ich hoffe, dass GLS sich dann mal meldet, der Fahrrad, die sagt, das war schon so, na klar, das war immer alles schon so, ich weiß, ich kenne das alles selbst, lassen wir mal das Thema, ja, also müssen die jetzt mal erstmal nachweisen, dass das schon offen war, als sie es entgegengenommen haben. Naja, sei es drum, die müssen sich da jetzt kümmern, weil ich will ja meine Ware haben, und da ist leider, leider, leider ist da was dabei, was ich auf jeden Fall unbedingt brauche, und zwar habe ich ja hier mein, 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 äh, Dings jetzt hier laden, mein, ähm, äh, äh, wie heißt der, hier, oder er ist noch im Laden, ne, er ist schon fertig, mein, äh, Punktschweißgerät hier für meine Akkus, und das Problem ist, dass der natürlich jetzt, äh, äh, ja, da, ich habe da Nickel Strips bestellt, die sind nicht drin im Paket, ja, die waren da nicht drin, habe ich aber bezahlt, möchte ich auch haben, egal wie, ich will auch das Geld nicht wiederhaben, ich will die scheiß Nickel Strips haben, deswegen kann ich jetzt noch keinen Akku bauen, also, ne, müssen wir mal abwarten, ja, also, äh, ich versuche jetzt mal hier noch den ADS mit in diesen Code hier einzubringen, damit wir hier mal wieder ein bisschen, äh, damit wir überhaupt ein bisschen genauer messen können, und, äh, dann check ich mal die Lage, und dann werden wir mal sehen, was passiert, ja, okay, alles klar, das war's, äh, wir sehen uns im nächsten Video, ganz kurzes Ding hier heute, auf Wiedersehen, tschüss, tschüss.